so jetzt hier hat es willkommen zurück zur nächsten folge fallout 4 next generation hier bei mir auf dem kanal und ja wir waren der letzten folge haben hier diesen ironworks geplättet also mit genug stempacks und zeug ging es ja nehmen wir hier ein bisschen schrott mit die kampfmusik ist vorbei ich denke wir sind alle weg es hat nur pipel fehlt aber irgendwie so eine schnellreise machen dass die herkommt irgendwie keine ahnung das ammunition jetzt gekostet hat das war übel vielleicht finden wir auf dem gelände noch was raum schlüssel ist auf jeden fall gut den brauchen ich habe sogar glück und finden anzug station hier so kurz das bein reparieren können euch das zeug dabei haben dafür da muss man rein auf jeden fall vielleicht ist der paper dann hinter uns ich weiß es nicht nur kohler gleich für unseren job der ein dorf wo nur das cheffield kann ich das gebrauchen ob das kann man den immer geben denke ich mal und sehe ich ja nichts weiter das ist reingehen kurz eigentlich wird mehr zu den hier takahashi irgendwie aber haben uns gerade ablenken lassen und ist halt überall in allen fronten müssen wir kämpfen ein bisschen ballon wo jemand wasser gefüttert ballon wo jemand dings reingestochen löcher reingestochen hat du rennst hier denn her und versuchst irgendwie das aufzuhalten dass du draußen aber nicht da ist die markierung laufen wir durch er schießt hier auf mich er schießt hier auf mich ich glaube ich lohnt sich das auch am ende ich habe mich verpisst wo text box und schmerzlos glaube mir ich habe eine idee dass wir unsere zwecke einsetzen 0 treffer vor hat zwei treffer könnte es können jetzt können das alles fehler sein und ich denke weil sie so immer wort mit long hat null treffer also nicht ist es p&r auf jeden fall zwei treffer p&r ein wort mit p&r ihr schafft Persönlichkeitsmodus auswählen Feuerwehr So und rauslassen Dagegen stell mal ne Hand, du meinst die Knarre oder was? Wollt er hin? Ja du doch, Mensch lauf doch mal mehrzweck, Vollhorst, Patrone, Brennstoff Oh der ist doch tot, du blöd mann Na dann Notiz des Wächters Durchsuche, liest die Notiz des Wächters Das stimmt, so tot der Sohn Weil er fordert habe ich irgendwie das Gefühl, dass ganz selten Leute lebend geboren werden Bis auf den ähm Zuletzt den Den Nick Aber daneben ist ja auch so ne Sache bei dem Oh ne Raiderrüstung Ah Für uns kehren Ederrüstung, ja weiß ich nicht Die ist halt gespeichert glaube ich, oder? Ne Aber wenn nicht merken wir es uns einfach Wenn nicht dann merken wir es uns eben nicht Müsst einmal einsteigen dann Müsst einmal einsteigen in ihre Rüstung dann Würde sie mir glaube ich mir gehören Dann wird sie mir angezeigt Meine Fresse Könnte man eigentlich machen Dann haben wir ne Markierung auf der Karte Ich werde die jetzt, ich weiß nicht, ich brauche die eigentlich nicht Aber wir könnten sie dann zu der Vollständigkeit halber uns in die Base stellen Ich habe überlegt, ob ich die Beine verwende, kurz vermeiden Weil bei mir ist ein Bein eben weggeflogen Aber ich glaube, dass Er hat gar keine Beine, ne Aber ich brauche nochmal ein Chassis irgendwann Den lieben wir hier daneben einfach Er hat keine Beine, ne Also funktioniert uns auch nix Den Funktionskanal nämlich raus Dass wenn wir die irgendwann mal holen Und wir haben keine Funktionskanal dabei Dass wir dann auch darstellen und sagen Scheiße, haben keine Funktionskanal dabei Aber ich glaube, ich kann meine Rüstung hier reparieren an die Stelle Ja, vielleicht habe ich das Zeug dabei, mal sehen Vielleicht haben wir Glück Linkes Bein Repair Oh geil Und ausrüsten Das rechte Bein war auch angeschlagen Aber ich habe nichts dabei mehr dafür Ich habe keine Reparaturzeug mehr dabei Aber wir sind einsatzfähig auf jeden Fall wieder Das trifft sich gut So, wir müssen die Notiz schnell lesen Damit es weiter geht Daten Werkstätte Karte Inventar Inventar war das natürlich Und dann auf diverses Notiz Das Irgendwas hieß das Ding Notiz Notiz Zerling Notiz des Wächters Wer war das das? Wir haben ein schwerer Hochleistungsofen Eine Art Flammenwerber bei den Überresten von Militärangehörigen gefunden Die Erkennungsmarken sagten mir nichts Aber Slack war von der Qualität ihrer Ausrüstung beeindruckt Was einen Hochleistungsofen angeht Meint es Slack Dass so eine besondere Waffe eine Prüfung verlangt Einen Test Um die Spreu vom Weizen zu trennen Oder sollte ich sagen Erz vom Metall Es gab nur wenige Freiwillige Was mich nicht überrascht Hat Die meisten Rekruten sind zu feige Um durchs Feuer zu gehen Schweige denn Dass sie die Kraft haben Zu überleben Und dann habe ich Habe ich so eine feige Socke auch noch dabei erwischt Wie sie zu schummeln versuchte Den Beweis Habe ich In einem Werkzeugkasten Bei dem Törnmüll verstaut Und den Schlüssel dazu In einer Blechdose Darüber versteckt Ich werde ihnen Slack zeigen Bevor wir an Äh Ans Essen verfüttern Aha Das war doch bestimmt der Sohn Pass auf Im Pack Das brauche ich Da ist die Knister Glaub ich Äh Terminal Irgendwas mit Terminal hieß es Und eine Blechdose darüber Da ist die Markierung Abgeschlossen Okay Bei den Schlüssel finden In einer Blechdose Achso habe ich gerade gefunden In den Blechdosen Äh Notiz Des geschmiedeten Rekruten Passwort Schmerzerei steuerpult Äh Sales Boy Superklärung Nehmen wir alles Kann ich laufen ja Hegel schlagen Das sucht die Leiche Des geschmiedeten Wächters Was Habe ich doch Warum ist das fehlgeschlagen Äh Chamber Havoc Riptide Warte mal Ich muss das wahrscheinlich lesen Ich weiß nicht warum die Quest Äh warum das fehlgeschlagen ist Aufgaben Äh Ähm Achso hier Lies die Notiz Des geschmiedeten Rekruten Hegel schlagen Das sucht die Leiche Des geschmiedeten Wächters Nach hinweisen Alles klar Weil wir es schon vorher gelöst hatten Das Problem Wenn wir die Notiz schon Alles klar Da gibt es mehrere Wege dann dahin Alles klar Alles klar Aus dem Feuer Achso warte ich mal Das möchte ich erstmal noch aktivieren Das Schwert fehlt uns ja noch Lies uns mal schnell die Notiz Die Notiz Aufgaben Ne Inventar Notiz Diverses Hm Irgendwas mit Rekruten Notiz Des Rekruten Notiz Des geschmiedeten Rekruten Diese neuen Prüfungen Die sie ausgedacht haben Ist verdammt nochmal Unmöglich Aber es war schon witzig Wie die ersten paar Rekruten reinfielen Und sich äh das Fleisch Von den Knochen senkten Noch nie jemand äh Hab ich so schreien gehört Einfach großartig Matches Dachte er Sei besonders clever Der Idiot hat Eine Flasche Wasser In das Ding geworfen Und uns alle fast in die Luft gejagt Burned Äh Burner Hatte die Power Rüstung Die richtige Idee Aber leider Hat er sie nicht Äh Für extreme Ähm Temperaturen modifiziert Ich glaube Ich habe Einen Weg gefunden Meine Zeit mit der Karawane Kenne ich Ein Händler Der mir Flammenresistenz Bei Beinrüstung Besorgt hat Solange ich nicht Äh bis zur Hälfte Drin stehe Sollte es also passen Das Problem ist Meine Prüfung Ist erst in ein paar Tagen Die anderen Mistkerne könnten Die bis dahin stehlen Also habe ich Die Mods Unter einem Schmelztiegel Versteckt Um da ranzukommen Muss man die Flüssigmetallzufuhr Unterbrechen Und das Steuerpult bedienen Um den Behälter Auf den Gleis zu verschieben Da es mein Job ist Schwere Geräte hier Zu bedienen Ruht das Ding Normalerweise eh keine an Alles klar Das war ich glaube Ich weiß von was der Rede ist Wo ist eigentlich Piper meine Güte Schmelztiegel bewegen Ich habe das eben nämlich schon ausgeschaltet Die Powerrüstung Das war bei der Powerrüstung Genau Da war ein Schalter hier Den habe ich dann gedrückt Weil ich ja überall immer aus dem Adorf drücke Wie so ein Verklopter Militärklebeband Wir haben flammenresistente Linkes Bein Rüstung Rechtes Bein Rüstung Freide Pümpel Raider Linkes Bein Raider Rechtes Bein Raider Linkes Bein Raider Rechtes Bein Oder muss ich die Muss ich die Drop machen Die Raider Rüstung Die Mods Deswegen steht auch hier Eine Powerrüstungsstation Denke ich mal Bein Torso Linkes Bein Rechtes Bein Bein Linkes Bein Alles klar Muss ich kurz aussteigen So kann ich nicht an die Powerrüstungsstation Ich weiß gar nicht ob ich eine Rüstung brauche Um das zu craften Linkes Bein Oh Hat sie wieder reingepackt Linkes Bein Ohne Exos Flammenresistenz Normal Linkes Bein Thermal 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 Eistbar Ausrüsten Ausrüsten Exit Was können wir Wer hätte es jetzt Achso da war eine Powerrüstung Das war alles schon drinnen Ja war auch der 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 Positionskern ist schon drinnen und alles So wir gucken noch mal da rein Kleidung Powerrüstung Linkes Bein 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 Rechtes Arm Thermal Ja Speichern mal Ausgezeichnet Okay Der Scooter Schwerer Hochleistungsofen Versorgung 50% mehr Schaden gegen Kuhle Das ist ja blöd Aber ich nehme es jetzt mal Level ab Der Schmelzsiegel abgeschlossen Wir lassen Wir lassen die Karre mal hier stehen Wir lassen auch den Den Kern trenne Musstab 17 erreicht Geil Wir können jetzt glaube ich Dings machen Als wir noch mal hierher müssen Haben wir doch gleich die Powerrüstung So ich hab Na gut ich hab nur Fusionskern nur 200er Ich hab keine Lehren dabei Egal lassen wir die einfach drinnen Okay cool wir haben das Ding gekriegt Packen das nicht nur erstmal in die Kiste zuhause Keine Ahnung was wir damit sollen Mit den Namen schon seltsam schwerer Hochleistungsofen für eine Waffe Was so eine Art Flammenwerfer glaube ich Wir packen es mal auf die 8 Wir machen halt so Flammen Dings Weiß nicht Ich komme vielleicht mal gegen irgendwas einsetzen Gule Verbränner damit schnell stand ja da Keine Ahnung So haben wir das auch gemacht Schöne Sache Das Kriegschaft von der Rüstung machen kurz Und dann Suchen wir uns das Schwert des alten Mannes Die hatte ich schon gelootet ne Signal Bringe Jake Aus Ironbox zurück Das würde ich gerne machen Glaub ich da unten Da ist die Markierung Den alten Jake Den alten Knöterich Er muss ihn mit seinem Vater wieder verstehen Das ist doch alles blutes dicker als Wasser und so weiter Mit einem Terminal öffnen lassen Ah hier Wir müssten das Passwort haben eigentlich Aha Tür öffner Öffne dich Tür Danke Raumschlüssel Wir müssen demnächst dann wirklich nochmal in die Vault Da liegt irgendwas Hab ich das gemacht Da liegt Ja wahrscheinlich Okay Äh Das ist die einzelnen Zwei Markierungen die ich da haben Einmal die Tür Hab ich da Und da ist noch ne Tür Ist undurchsichtig ein bisschen Das ist hier aber die andere Seite von dem Von der Medaille quasi Die andere Seite von dem O-Reistungs-Ofen Keep ahead Ähm Irgendwo muss ja dieser Jake sein Wo Waffenstütze Entschärfen Kleine Schweine aufm Klo Alter Rächerheit Wie schön Impacts 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 mäßig läufts eigentlich jetzt ne Die sollen ja scheiß Jake selber da klauen Hier komm mal her Das ist die einzige Tür die ich jetzt gerade sehe Gehen wir auf die Map und dann gehen wir mal auf die Lokalkarte Hier ist die Power Rüstung Hier optional bringe Jake äh zurück Reise zum Haus alles klar Deaktivier mal die äh Quest mit Reise zum Haus Die machen wir dann gleich wieder an Dann ist nämlich die Markierung schon mal weg Jetzt müssen wir die andere Seite finden Das hat sich eigentlich immer bewährt aber Skyrim So wenig wie möglich Questen aktiv zu haben Aber auf der anderen Seite vergisst man auch viel Läuft alles doppelt oder reist doppelt irgendwo hin Natürlich jede Quest die irgendwie Christ aktiv hast dann wäre es natürlich besser Aber kannst du sonst keinen entfernt Aber das kannst du glaube ich nicht leisten Wenn du ja jede Quest Einzel machst und wie du so abgibst Bierflasche, eine Melone Tädel Level up im Pip-Boy Die Richtung zeigt mir die Dings an Ja auch keine Markierung Das ist echt kurios Wir kommen mal her Ist der Raum Ach da kommt doch Dings Der Feuerlöscher an Was ist das? Ach da guck mal da ist eine Markierung Ich muss nur nah genug ran scheinbar Komme ich da hoch? Wo ist Piper aus der Hölle? Kann mir auch keiner erklären wo die rumhängt Vielleicht muss ich die nur ran teleportieren Ich könnte mir die Referenz-ID nochmal aufschreiben eigentlich Habe ich vergessen Da ist eine Markierung Von der Tür Ah alles klar Ah nicht so ein paar Rüstungsstationen Aber ich habe die Materialien nicht zu reparieren glaube ich So der Hochofen Da müssen wir wahrscheinlich uns nochmal durchballern jetzt Hilfe Wenn er versucht abzuhauen Töte ihn Du musst ziemlich stark sein wenn du es hierher geschafft hast Puh ich habe ein paar Raider die mit Feuer werfen Keine große Herausforderung Das war einfach Sarkastisch Wer bist du denn überhaupt? Ich bin Slack Und wir sind die Geschmiedeten Und du? Du bist jemand mit Mum Das gefällt mir Siehst du Jake Hier ist jemand der meine Zeit wirklich wert sein könnte Nicht wie du Sie werden mich töten Ich habe dir alles gebracht was du wolltest Dinge von deiner Familie zu stehlen Beweist nicht deine Stärke Junge Allerdings könntest du mit diesem wunderbaren Schwert Das du mir gebracht hast Noch eine letzte Chance erhalten Töte den Gefangenen und zeig mir dass du doch zu was nütze bist Du hast gesagt wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen Die Leute sind keine Gefahr für uns Zeig mir dass du töten kannst Entweder du oder er Oh Gott was soll ich tun Töte ihn Jake Du hast keine Wahl Geh weg Jake Sarkastisch Bitte Er hat dich geschickt um mich zu finden Ja er ist stur aber er wollte dass ich dich zurück bringe Nicht ganz Ja er ist ja Er ist stur Aber er wollte dass ich dich zurück bringe Eins Hilfe Zwei Steck Oh du kannst dich verstecken Ich weiß nicht ob das richtig war jetzt Ich lad noch mal kurz Ich weiß nicht Vielleicht hab ich da ein Fehler gemacht Vielleicht den nicht angreifen sollen Vielleicht kann ich den Auto auf Wohnung bringen Familie Ja er hat mich geschickt Er ist stur Aber er wollte dass ich dich zurück bringe Du hast recht Ich will nicht zu den Geschmiedeten Ich will nur nach Hause Letzte Chance Jake Wenn du ihn nicht tötest bevor ich bis 3 zähle Ist es vorbei Eins Hilfe Zwei Herr Eins Lass Asso Vier Ak Das war's. Mann, du mit da mal Flammenscheiße gehst mir auch in den Sack, echt. Einzel? Nehmen die alle noch? Einmal gespeichert. Erlebt. Erlebt. Ja, das war kein Dings. Dachschlüssel. Dachschlüssel. D-45 F-Tor. Ein Dönermesser. Mhm. Abgeschlossen. Besorgen das Schwert zurück. Da ist noch ein Messer. Raider Power 2. Habe ich die Kapazität das alles mitzunehmen jetzt hier? Ich weiß gar nicht. Inventar. Ja, ich weiß es nicht. Wiegt der Scheiß? Kleidung, Gewicht. Nee. Kann ich mehr rennen. Heiße, Mann. Aber wir hatten keine andere Wahl. Wir mussten den befreien. Wir mussten den befreien. Hey, Siedler. Fang den befreien, ja. Ich dachte, ich würde da sterben. Ja, Mann. Glaub nur nicht, ich würde dir nicht wehtun. Jake. Was ist mit ihm denn los? Habe ich den getroffen auszusehen vorhin? Ah, fuck, Mann. Ich lade nochmal. Ach, Mensch. Vielleicht kann ich das auch friedlich lösen, diese Sachen. Ja, probier mal, das friedlich zu lösen. Ich habe den Jake wahrscheinlich getroffen. Was ist es wert, bis geschmiedet zu werden? Ja. Er ist stur. Aber er wollte dann, dass ich dich... Du hast recht. Ich will nicht zu den Geschmiedeten. Ich will nur nach Hause. Letzte Chance, Jake. Entschuldigung? Ja. Wenn du mich tötest, bevor ich bis 13, ist es vorbei. Eins. Hilfe! Zwei! Oh nein! 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 Ähhhhh! Oh nein! Oh nein! ich weiß nicht ne geht bisschen aber ich weiß nicht aus so dörner messer na enter nehmen alles klar und zähler kronkorten rest kannst du behalten auch ein dachschlüssel das ganze blut wo ist jake jake hi hey jake tut mir leidig ich hab's vermasselt ich war in panik kein problem ich helfe gern wie konnte ich denen beitreten wollen ich sollte wohl versuchen zu hause alles ins reine zu bringen ich hab zwar kein recht dich darum zu bitten aber wenn du mir beim erklären hilfst dürfte es mit meinem vater einfacher laufen wenn du ihm das schwert meines urgroßvaters bringst wird sich das für dich lohnen er versucht immer fair zu sein ich warte an der überführung in der nähe der farm okay alles klar komm hin sofort weil mich gut nur schnell durch hier wir können ja auch gleich mal nach sanctuary zurück haben schon wieder so viel schrott in der tasche die äh dings war nicht schlecht die äh der flammenwerber aber das ist natürlich ein ein heilloses durcheinander mit dem ding also es wird nicht mehr eine waffe ehrlich gesagt war auch noch nie flammenwerber gedöhnt nehmen wir den bauernwerber scheißer mit von dem muss ja eigentlich noch einen kern haben oder habe ich ihn rausgenommen ich hoffe dünnermesser das ist der questgegenstand flammenwerber seines urgroßvaters das ist ja lustig so so der lutscher weggeballert so ein klon echt grundkorken äh tasche mikrofon ich hoffe es war nicht zu laut für euch tasche lackiert metallrüstung da brauche ich eigentlich ja wirklich kommen wir uns das aufbauen oh nein was soll da passieren bei dem terminal sollte aktiviert werden irgendein übergang auch wahrscheinlich da drüben ne oder also ein wackelkopf ding bingo probleme löst man am besten indem man sie aus der welt schafft du erhältst dauerhaft 15 prozent mehr schaden mit sprengstoff geil wird mal gucken warum was macht dieses terminal warum kann ich hier rüber da lag ein stimpack war das nur ein stimpack das sieht aus wie nur ein stimpack naja kann man ja brauchen ne was macht der terminal hier slacks terminal wieso habe ich nicht slacks terminal passwort kriege ich nicht hab ich den nicht richtig gelootet der typ da liegt irgendwas oh picket fences du hast ja eine ausgabe von picket fences gefunden du kannst jetzt neue statuen an der siedlungswerkstätte bauen geil es gibt deko noch die in der welt verteilt sind das ist ja gut das ist ja gut hier slacky hast du noch was ne ich will jetzt wissen was slack sein terminal hat kompensiert mächtig ich da noch laufen ja so uns noch einmal mit dem hacken so schwierig mit dem hacken play ein treffer für play 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 0 treffer also es ist auch nicht also es ist play 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 ein treffer also ist es a wir suchen wort mit a soap ach ich hasse dieses hacken hier frinzel scheißzeug ich weiß gar nicht verstehe ich hoffe das ist richtig was ich hier mache ich weiß gar nicht ich habe es nicht verstanden also du hast dann wenn du ein wort anklickst hast du immer dann kurz der angezeigt wie viele buchstaben davon stimmen äh soil move ring roll hier roll ist nicht schlecht da sind zwei elts drinne das heißt wenn zwei treffer sind dann sind es die elts ein treffer also o oder r o oder r also haben wir hier font move also es ist auf jeden fall o hier ist noch font alles klar schwach bisher schwache rekruten äh nur ein textding oder was garner alles klar material karte aktualisiert die schrottlieferung aus dunwich boris sind ausgeblieben aber blende losgeschickt um den maden feuer unter dem arsch zu machen alles klar sehr gut ein weiterer unvollkommener kandidat versucht sich einen weg hinein zu erkaufen aber die klinge die er mitgebracht hat ist beeindruckend ich lasse ihnen test machen aber sagt habe ich trotzdem etwas davon als klar sehr gut ok hier komme ich aufs dach noch ist schneller weil ich habe einen dachschlüssel habe ich ja gekriegt hier ist keine tür hier ist keine tür naja hier muss mal wenn es auch nicht so lange in die länge ziehen ich komme noch mal hierher so wie eine coole location hat spaß gemacht wir haben hier zwei kästen erledigt in der tat einiges schon geschafft ne an krästen muss man sagen den dachschlüssel kommen wir nochmal einsetzen denke ich ja und wir haben jetzt eben noch eine folgequests gekriegt quasi sozusagen das sind wir ein ding Licht an confinement kein du vor nach soll da jemand reden dass da jemand reden und nicht dass das und irgendein radio an was ich auf dem dach soll da rein bringen wir nicht zum tod jetzt noch höher oder ist nichts weiter wo man diesen dachschlüssel einsetzt das weiß ich nicht aber nichts kaputt gegangen zum glück so und da ich gerade aus dem institut gemeldet kriege dass die folge gleich zu ende ist werden wir uns mal in richtung quest begeben hier ist der traktor es sind auf jeden fall auf dem richtigen weg hier müssen wir hin dass die fischform wir gucken genau auf die fischform hier muss man wenn wir die folge quest machen wollen können wir schnell hin rennen dann noch wo wir nicht so viel platz haben da ich ja zwischen den folgen mal schnell nach hause reisen und mal ablegen das dauert nicht lange und dann machen wir mal eine folge ich glaube dann machen wir mal schluss für heute wieder bei fünf stunden dann die aufnahme sessions die ziehen sich hier immer ein bisschen und vielleicht haben wir dann beim nächsten mal dann direkt piper mit wieder am start ich hoffe und jetzt hängt da irgendwo wahrscheinlich sind nicht mit über die brücke gekommen keine ahnung aber das werden dann beim nächsten mal daraus sehen ich bedanke mich fürs zusehen und ja wir sehen uns im ödland bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal